Guten Tag, liebe Männer! Ich bin Natalia Pasterchowa, Partner Vermittlung Ukraine. Heute werden wir hier gemütlich etwas ganz Besonderes besprechen, wie der Mann eine richtige Frau erkennt, wann entscheidet er, ihr Verlobungsring zu schenken, wann merkt er, dass das die richtige ist, wann macht er ihr Heiratsantrag, wie er das macht, wie läuft es, was fühlt er sich beim ersten Date. Heute werden wir das in dieser schönen, gemütlichen Runde besprechen, mit einer Tasse Tee. Ich habe hier einen Brief bekommen, einen persönlichen Brief, hat mich sehr gefreut. Und mit der Zustimmung von dem Autor habe ich gesagt, natürlich werde ich diesen Brief vorlesen. Man konnte das veröffentlichen und dann einfach so mal zeigen, wie ich dann ab und zu mache. Aber ab und zu möchte ich das vorlesen, damit wir gemeinsam auch das mal besprechen können, miterleben können und diese Geschichte gemeinsam uns so schön wahr, real vorstellen können. Weil natürlich viele Männer, sie werden aus dieser Geschichte vielleicht auch einige Einzelheiten, Details merken und sich in dieser Situation auch vorstellen, weil das Beste, was passieren kann. Ich wünsche Ihnen, dass Sie auch dasselbe erleben, dass Sie auch diese richtige Traumfrau treffen, erkennen und mit ihr Beziehung aufbauen. Also, heute ist der erste Advent. Eigentlich war das am Sonntag jetzt. Heute haben wir Montag. Aber wir werden diese erste Kerze mal gemeinsam anzünden. Ich habe dann gestern die angezündet, machen wir das am Sonntag jeden Tag machen, ja. Oh, ich habe gar nicht gewusst, die Frauen kennen das, nicht so alle kennen, was das Advent bedeutet. Ich werde Ihnen dann auch erzählen, wenn ich diesen Brief auf Russisch lese. So, liebe Männer, also zuerst machen wir uns gemütliches Licht. Habe ich hier so Feuer vorbereitet, natürlich. Und da machen wir eine schöne Kerze, damit es ganz romantisch wird, ja. Das ist natürlich so, wie es sein soll. Freue ich mich sehr. Vielleicht für die zweite Kerze werde ich noch was Schönes ausdenken, was Besonderes. Genauso wie die Besonderes dieser Brief. Also, lieber Carsten, es gibt einen wunderbaren Mann, Carsten aus Berlin. Ich bin ein sehr, sehr freundlicher, netter Mensch, sehr immer gut gelaunt, sehr korrekter, zuverlässiger, sehr öffener und ehrlicher. Wir haben öfter telefoniert. Der ist mehr als ein Jahr unser Kunde und der hat mich immer angerufen. Und dann so immer wieder so, Natalia, wie geht es denn dann so und so. So, irgendwie bin ich ja nicht so weit, irgendwie bin ich ja nicht so weit, so lief bei uns. Aber dann haben wir mal immer geschaut zusammen, wie weit ist er. Und dann haben wir geguckt, laufende Beziehung. Und dann haben wir dann immer zusammen, gemeinsam mal überlegt, was kann man machen, was kann man verbessern. Bis die Zeit gekommen ist, dass Natalia so einen schönen Brief von dem Carsten bekommt. Und das ist natürlich die schönsten Momente, die schönste Zeit. Und eigentlich wünsche ich mir, dass mit jedem von Ihnen wir zu diesem Zeitpunkt kommen. Und wie sehen Sie, liebe Männer, ja, so nicht immer dauert das zwei Monate, endet das nach zwei Monaten. Manchmal muss das auch mehr als ein Jahr suchen, bis man die Richtige findet. Ja, es geht eigentlich um das Ziel, dass man das erreicht, diese Richtige. So, Natalia darf nicht so viel erzählen, muss man eigentlich zur Sache kommen. Holen Sie eine Tasse Tee, machen Sie Pause und holen Sie sich eine Tasse Tee oder eine Tasse Cappuccino, Kaffee, alles ist erlaubt heute. Weil da gibt es einen großen, schönen Grund zu feiern. Ach ja, lassen Sie mal anfangen. Guten Morgen, meine liebe Natalia. Durch dich habe ich endlich mein großes Glück gefunden. Es hat einige Zeit gebraucht, bis ich die Richtige gefunden habe. Aber wie man in Deutschland sagt, gut Ding will Weile haben. Und so ist es passiert, dass ich jetzt meine Traumfrau dank deiner Hilfe und Unterstützung gefunden habe. Im Juni 2021 entdeckte ich auf deiner Seite, Xenia. Sie sah so anmutig aus und schön, dass ich mich gar nicht getraut habe, ihr zu schreiben. Ich tat es trotzdem. Ich nach kurzer Zeit bekam auch eine nette Antwort. Und so begann ein erstes Kennenlernen auf dem Wege per Brief. Per Immens natürlich, ja, meine Briefe, Natalia liest gerne Briefe. Machen Sie Briefe, ist wirklich was ganz Besonderes. Die, die das erleben, die können das alle bestätigen, weil wir entdecken uns erstmal in diesen Briefen und dann den richtigen Partner. Da muss aber einige Stimmen, die müssen alle mal ehrlich sein. Weiter. Carsten, entschuldige, du hörst bestimmt mit. Wenn ich ihr schrieb, schaute ich schon nach einigen Stunden, ob eine Antwort da ist. Aber ich wusste, es war nicht möglich, weil da natürlich müssen Dolmetscher, Übersetzer, Übersetzer hin und her schicken. Aber wie ich gesagt habe, wenn man weiß, dann denkt man nach und wartet und leitet und dann wächst natürlich Sehnsucht und sowas. Genau geht es der Frau auch, wenn sie ehrlich ist natürlich. So hat Carsten geguckt, geguckt, der Brief ist nicht da und immer wieder abgerufen. Ja, ich wusste, dass es nicht möglich ist. So merkte ich schon am Anfang scheinbar, sie ist etwas Besonderes für mich. Nach einigen Briefen beschloss ich, sie zu fragen, ob wir uns persönlich in Kiew treffen wollen. Xenia sagte sofort zu und ich flog am Anfang September 2021 nach Kiew. Es ist alles sehr frisch, wie Sie sehen. Da unsere Übersetzerin sich um einiges verspätete, sie haben eine Dolmetscherin von der Agentur für das erste Date genommen haben, waren wir uns schon zum Anfang unseres ersten Treffens kurz alleine überlassen. Ich bemerkte, dass Xenia sehr nervös wirkte. Wir unterhielten uns über den Translator. Es klappte gut und schon in diesen ersten Augenblicken merkte ich, dass es etwas ganz Besonderes ist. Wir verlebten sehr schöne drei Tage gemeinsam in Kiew. Ich bemerkte, dass wir uns einander sehr nah fühlten. Wir nahmen uns an die Hand und umarmten uns. Xenia, unsere Übersetzerin, machte wunderschöne Fotos von uns beiden. Am letzten Tag vor meiner Abreise waren wir wieder beide alleine. Ich bemerkte eine bedrückende Stimmung bei uns. Sie brachte mich zum Flughafen. Nun war es soweit und ich musste gehen. Wir nahmen uns in den Arm in der Abflughale und es kam zum ersten Kuss. Also drei Tage alleine, drei Tage Kiew und erst beim Abflug. Umatmen Sie sich und es kam zum ersten Kuss. Lange, ersehnter Kuss. Ich war überwältigt von den Gefühlen, die ich bei diesem einen Kuss spürte. Ihr ganzer Körper zitterte und sie wollte mich nicht gehen lassen. Und jetzt, zu diesem Zeitpunkt, war mir alles klar. Xenia ist die Frau, die ich gesucht habe. Nun kamen sehr schwere sieben Wochen des Wartens, bis wir uns wiedersehen konnten. Wir schrieben uns viele hunderte Nachrichten über Weiber. Und nach zwei oder drei Wochen wurde mir klar, diese Frau will ich bis an mein Lebensende an meiner Seite haben. Ich beschloss, ihr einen Heiratsantrag zu machen, wenn ich am Anfang November 2021 nach Kiew fliege. Also ging ich hier in Berlin zu einem Juwelier. Ich schaute mir die Hände der Verkäuferin an. Ich sah eine schlanke Verkäuferin und schaute mir ihre Hände an. Ich schaute mir die Fotos von Xenia an, wo man ihre Hände sah. Es schien zu passen. Gemeinsam mit dieser Verkäuferin schauten wir uns nochmal die Bilder an und auch sie stellte fest, es könnte passen. Ich suchte einen sehr schönen Verlobungsring mit Diamanten aus. Die Verkäuferin steckte ihn sich auf den bewussten Finger. Er passte bei ihr. So beschloss ich, diesen Ring zu kaufen. Nun habe ich beschlossen, diese magischen Worte eines Heiratsantrags zu lernen. Natürlich auf Russisch. Der eigentliche Satz des Heiratseintrages war ein absoluter Zungenbrecher für mich. So schrieb ich mir die Sätze auf und übte sie immer wieder vor dem Schlafen gehen. Ich habe immer wieder überlegt, ist es die richtige Entscheidung? Aber ich empfinde so viel Glück, Emotionen und Gefühle für Xenia. Auf was soll ich denn warten? Und so ist es, wie es ist. Und ich werde ihr diesen Heiratsantrag nach vier Monaten machen. Also vier Monate nach dem ersten Kontakt macht Carsten ihr Heiratsantrag. Nun war der Tag gekommen und ich flog wieder nach Kiew zu meiner Xenia. Sie holte mich vom Flughafen ab, obwohl sie eineinhalb Stunden fahren musste. Sie wohnte am Stadtrand von Kiew. Wir lagen uns in Armen und wollten nicht mehr voneinander lassen. Sie brachte mich zum Hotel und nach einiger Zeit fuhr sie wieder nach Hause. Wir waren so von unseren Gefühlen füreinander überwältigt, dass es 0,30, also halb drei in der Nacht war, als sie wieder nach Hause fuhr. Am nächsten Morgen trafen wir uns in der Hotellobby. Ich beschloss ihr einen großen Rosenstrauß zu kaufen und wir spazierten auf dem Maidan. Wir brachten den Strauß Rosen in mein Hotelzimmer. Nun war es soweit. Ich wollte ihr diese Sätze sagen. Ich bat sie auf dem Stuhl Platz zu nehmen, ging vorher nochmal kurz auf die Toilette, um die Sätze nochmal anzuschauen. Dann nahm ich die Hand und sagte diese Sätze. Sie schaute mich mit ihren großen himmelblauen Augen an und sagte, Ja, 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 da, 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 hat Carsten geschrieben. Da, da, da. Und wir küssten und umarmten uns. Am Abend gingen wir mit unserer Übersetzerin in ein sehr schönes Fischrestaurant, Adriatic. Es ist in der Nähe des Nationalen Hotels. Ich glaube, ein guter Tipp, um dort mal essen zu gehen. Unsere Soja berichtete uns von dem Brauch, der Ring müsste in ein Glas Sekt und Xenia müsste draus trinken. Es sollte ihr viel Glück, es sollte uns eigentlich viel Glück bringen. Und so machten wir es auch und tranken gemeinsam aus diesem Glas Sekt. Die Tage vergingen wieder wie im Pflug und nun bin ich wieder zu Hause. Aber Anfang Dezember wird Xenia mit ihrem Sohn nach Berlin kommen und Silvester werden wir gemeinsam in Kiew verlieben. Wir haben beschlossen, am 11.06.22. die Ehe in Kiew einzugehen. Alle meine Kinder und Enkelkinder und meine Schwester werden kommen. Meine liebe Natalia, ich möchte Ihnen zum Schluss meines Briefes noch schreiben, dass ich dir aus tiefstem Herzen für alles, was du für mich getan hast, Dank sage. Du machst deinen Job mit so viel Liebe, Emotionen und Gefühlen, dass ich Gott auf Knien danke, dich kennenlernen zu dürfen. Du bist immer mit Rat und Tat für mich da gewesen und dafür kann ich dir nicht genug danken. Bleib so wie du bist und helfe noch ganz vielen Menschen, ihr persönliches Glück zu finden. Bei mir hat es über ein Jahr gedauert, bis ich die Richtige fand. Ich danke dir auch, dass du mich immer wieder ermutigt hast. Es wird die Richtige kommen. Du bist natürlich ganz, ganz herzlich zu unserer Hochzeit eingeladen. Merke dir diesen Termin vor. Mit großem, aufrichtigem Dank an dich, liebe Natalia, beende ich diesen Brief. Liebe Grüße aus Berlin von Karsten. Tja, liebe Männer, was soll ich dann mit euch machen? Herr Irna, der werde ich natürlich auch weinen. Karsten hat mich angerufen und sagte, ich habe den Brief geschrieben. Als ich das alles so geschrieben habe, musste ich alles erleben und ich habe richtig Tränen auf den Augen bekommen. Da bekomme ich ja auch Tränen auf die Augen, wenn ich sowas lese. Und ja, wenn man sowas sagt mir, das ist natürlich, du machst das so mit Herz und Gefühlen und Seelen. Ja, wenn ich sowas erlebe, was wir hier erleben, dann bleibt nichts anderes übrig, ja, als so mit Herz und Gefühlen. Deswegen legen wir so viel Wert darauf, dass liebe Menschen, kultivieren sie bei sich selber, diese wunderbaren Gefühle, wie da so Karsten hier in diesen Briefen dann auf den Zeilen so alles hier vorgetragen hat. Das ist ja unglaublich. Ja, Karsten, du warst ja auch natürlich geduldig und mit Humor, obwohl der Karsten, der ruft an, Oh, Nadalja, das hat wieder nicht geklappt oder ja, guck mal, die war so komisch, guck mal, da habe ich die eingeladen. Da war auch irgendwie nicht so ganz, da Karsten hat da schon eine eingeladen, aber dann hat doch abgesagt, war nicht so ganz so sicher, ob das die richtige Frau ist. Das ist auch normal, das ist auch normal. Deswegen habe ich auch Karsten auch gesagt, du bist auch nicht der, der die erste Frau heiratet oder die erste Frau nimmt. Natürlich. Und das ist auch normal, wenn es ein bisschen länger dauert. Aber Hauptsache, Karsten war immer auch positiv eingestellt und der war nie in Depressionen und der hat die ganze Zeit aber aktiv gesucht. Du hast, ich weiß nicht, ob du Pausen gemacht hast, Karsten, glaub nicht. Da war so eine Beziehung, bist du eine Beziehung eingegangen, du hast geguckt und als du dann gesehen hast, doch nicht die richtige Frau, dann hast du dann die nächste Runde gemacht. Und manchmal muss man zwei, drei, vier Runden machen, Anfragen, wenn dann bei erster Anfrage die richtige nicht ist. Nur Hauptsache, man sucht diese perfekte und man glaubt, man glaubt, dass die kommt und die kommt auch und die kommt. Und dann wird man sie wirklich sehr schnell erkennen. Und dann fällt es auch nicht schwer, die Entscheidung zu treffen und dieser Frau Heiratsantrag zu machen. Was kann ich dazu sagen? Ich bin sicher, ihr seid füreinander geschafft und gemacht und weil das, was Karsten mir erzählt und sagt, bestätigt Xenia einfach wörtlich. Weil hier ist Geheimnis ist was, nicht nur, dass der Mann sich verliebt, sondern dass die Frau auch das bestätigt, was er empfindet. Und wenn das wie ein Spiegelbild ist, er hat bestimmte Gefühle, starke Gefühle und die erzählt von ihrer Seite über gleiche starke Gefühle, dann gibt es nur ein Happy End. Nur ein Happy End. Dann sieht man schon, in welche Richtung geht das. Und genauso hier, am 11.06.2022. Vielen lieben Dank für die Einladung. Vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, ob ich mir das leiste, die Hochzeiten mit zu feiern. Eigentlich bin ich ja gut dabei, wenn ich arbeiten muss. Hochzeiten feiern, das ist ja sowas wunderschön, aber das ist mehr sowas Privates Vergnügen. Ich würde unglaublich gerne, ich werde mir auf jeden Fall den Termin merken und ich tue alles, um das hinzukriegen. Und ich werde sehr, sehr glücklich sein, dabei zu sein. Ich freue mich sehr, euch auch kennengelernt zu haben. Und ich freue mich sehr für eure Worte, für eure Wünsche und diese Zeilen, die ich bekommen habe. Das sind wirklich die schönsten Momente, die schönsten Momente. Obwohl, finde ich auch, die ganze Vermittlung, die ganze Zeit, die ganze Partnersuche, die Carsten bei uns war, war auch schön. Und bei dem Telefonat, sagt der Carsten, das ist ja schon wirklich erstaunlich. Man trifft nicht so oft solche besonderen Menschen auf dem Weg, wie man zum Beispiel jetzt gemeinsam diese Partnersuche startet. Wie wunderbar ist das? Heute habe ich noch einen neuen Kunden bei mir im Büro gehabt und wir haben gesprochen, der sagte, Mensch, wenn man so ein Auto kauft, dann bezahlt man, ich weiß nicht, 50.000, 60.000 Euro. Und man kauft heutzutage ein Auto vielleicht für zehn Jahre höchstens. Der sagte mir, für sechs Jahre. Aber das ist so ernst und sowas alles. Aber wenn man für sich eine Frau aussucht, sich Partnerin für den Rest des Lebens aussucht, dann ist es auch irgendwie Geld zu schade und Zeit zu schade. Deswegen ein Jahr für sowas ist nicht zu schade, wenn das den Rest des Lebens halten soll. Deswegen schauen wir, dass das wirklich eine besondere, richtige Partnerin ist. Deswegen Eile muss hier wirklich nicht sein. Ruhe, Spaß und mit Genuss. Wir müssen einfach so jeden Tag genießen. Jedes Telefonat, jedes Gespräch muss angenehm sein. Genau so war es. Karsten hat die Partnersuche angenehm gestartet. Die ganze Partnersuche war sehr angenehm. Karsten, ich muss sagen, wir hatten, glaube ich, nie einen Konflikt oder Streit gehabt. Wir haben zwar irgendwie so ernste Gespräche geführt, aber nie irgendwie so, glaube ich, negative Emotionen waren bei uns nie, glaube ich, zu hören. Wir waren konstruktiv, zielorientiert, haben gearbeitet, bis wir diese Xenia gefunden haben, entdeckt haben. Und jetzt sind alle glücklich. Wir haben ein Happy End. Und ich glaube, unser Kontakt geht nicht verloren. Ich freue mich sehr, dass hier wieder etwas ganz Besonderes entstanden ist, wie ich mich unglaublich sehr über jedes Paar von uns freue. Nochmal, lieber Karsten, lieber Xenia, vielen Dank euch auch für eure Fotos, für eure Zeilen. Das ist einfach unglaublich. Vielen Dank, liebe Männer, für ihre Aufmerksamkeit. Und ich danke allen für nette Kommentare, für nette Worte, weil ich bin ganz sicher, jedes gute Wort, was wir sagen, was wir schreiben, ist ein großer Beitrag in unsere Zukunft, weil wir dann zehnfache zurückbekommen, davon, was wir heute geben. Und mit dieser Botschaft beende ich dieses wunderschöne Video und ich wünsche allen wunderschöne Vorweihnachtszeit und einen wunderschönen zweiten Advent. Ich glaube, darf man zweiten Advent wünschen eigentlich vor dem ersten, nee, vor dem ersten sowieso nicht. Aber wenn wir schon ersten Advent haben, darf man jetzt schon schönen zweiten Advent wünschen, wenn die erste Kerze erst brennt? Kennt sich jemand so richtig gut damit aus? Oder darf man am Mittwoch immer noch ersten Advent wünschen, schönen ersten Advent wünschen? Das erklären Sie mir bitte. Ich bedanke mich und ich freue mich sehr auf Ihre Likes, auf Ihre Kommentare und bis zum nächsten Advent.